ich bin heute tatsächlich mal in den farbtopf gefallen wie ich das hier mache zeige ich dir auf jeden fall nach dem intro denkt daran ich probiere mich ja aus ich habe mich schon lange nicht mehr so farbig geschminkt und ich habe jetzt einfach mal wieder bock weil ich noch ein paar farbige lidschatten hatte bevor ich ins quatschen komme lasst uns loslegen nach dem intro so schon länger nicht mehr gemacht aber nicht vergessen auf jeden fall heute einen kleinen schminkvlog und noch mal gesagt weil sich manchmal leute unter meinen videos für irren ich habe keine ahnung von der materie also ich lasse euch nur daran teilhaben dafür schminke ich mich einfach viel zu selten und heute ist aber wieder ein tag wo ich mache wo ich einfach auch lust dazu habe und wer was dazu lernen möchte ich habe immer noch dieses werte make up ich hatte das letzte mal drauf und hab dann am abend das was er so kommen hört dass meine heizung und hab dann am abend lauter so trockene stellen im gesicht gehabt also irgendwas hatte ich nicht vertragen also ich habe bis dato jetzt leider kein anderes geholt es gibt anscheinend so ein richtiges mineral make up also so ein bruder gibt es anscheinend von alverde habe ich jetzt aber noch nicht geholt das ist so kreis also wer gepflegte haut drunter hat das habe ich jetzt auch schon alles gemacht das ist morgen zu meiner welt wenn ihr gut gepflegte haut hat der dürfte beim auftragen keine probleme haben aber wer so ein bisschen mehr in richtung trockene haut geht der wird mit dem make up kein spaß haben weil das setzt sich schon ab und das wird sie natürlich bei mir auch absetzen ich kann es ich habe kein beauty blender weil das nütze ich einfach nicht deswegen verwende ich meine hände mit pinsel wird es irgendwie nichts ist ganz seltsam deswegen die hände ja ich hoffe es geht euch gut in meinem leben wird sich jetzt so ein bisschen was verändern ich habe es auf meinem zweitkanal falls du den nicht kennst minimalistisch intuitiv vegan als immer mal wieder so ein bisschen angeteasert ich habe jetzt tatsächlich über das projekt wo ich drin bin das ist ein gutes projekt habe ich tatsächlich jetzt eine stelle höchstwahrscheinlich ich sag nicht wo weil ihr wisst ihr das internet ist manchmal ein bisschen man muss sich selber schützen ist so aber es ist im marketing weil den leuten das unwahrscheinlich gefallen hat was ich mache zum marketing und hat büro also so kleine marketing sachen werde ich höchstwahrscheinlich machen müssen ist eine teilzeit stelle so wie ich mir das vorgestellt habe damit das irgendwie youtube sache weiter machen kann auch die wächst zwar nur langsam aber im gegensatz zu den jahren davor habe ich eigentlich immer gute und vernünftige einnahmen ich werde hier über meine einnahmen nicht sprechen weil ich weiß ganz genau wenn ich das mache da regen sich dann wieder einige auf frei nach dem motto ich habe mein video über leistungsdruck gemacht und nur youtuber sein das ist ja in der welt da draußen nicht angesagt naja anderes thema ich habe auf jeden fall jetzt am mittwoch mit der die das projekt leitet und denjenigen wo ich dann aber ein vorstellungsgespräch ich bin normalerweise bei vorstellungsgesprächen immer gerne alleine also naja ich werde es rumkriegen also wenn du das video sie ist ist natürlich alles schon gelaufen und ich werde dann was unten in die kommentare reinschreiben du hast ja selbst schon mitbekommen dass ich auf meinem hauptkanal also hier auf meinem hauptkanal und auf meinem zweitkanal eben die upload tage reduziert habe ich war ja schon auf vier manchmal gab es auch fünf es wird jetzt in zukunft so sein dass es eventuell auch mal weniger gibt bis ich mich an den rhythmus gewöhnt habe es ist ja eine teilzeit stelle aber wir haben noch nicht über die stundenzahl gesprochen also ich hätte schon bock auf 20 stunden aber es gibt eben auch das modell von 15 stunden ist dann kein problem ist bei mir in meiner stadt also ich müsste nicht mit dem auto fahren und von dem herr ja ich hatte im letzten jahren sehr viele vorstellungsgespräche und es hat immer irgendwie an irgendwas gehakt und es war echt jedes mal das war so frustrierend ja und jetzt tatsächlich etwas in dem bereich wo ich mich halt auch auskenne und ich habe ja auch wie sagt man bestimmte ideale und da passt der arbeitgeber einfach perfekt und der arbeitgeber wird unterstützt geltlich der arbeitgeber hatte aber auch jetzt in der zeit die möglichkeit wenn er sieht ich arbeite richtig richtig gut und so dass er nicht übernehmen kann komplett das projekt gibt zwei jahre lang und danach hoffe ich bin ich irgendwo anders oder wer weiß vielleicht funktioniert die sache hier noch besser du wirst ja immer so ein bisschen verglichen mit anderen auf youtube jetzt den cpm und dass der cpm ist nicht in jedem bereich gleich zumal ich zum beispiel besseren cpm auf meinem zweitkanal habe als hier lustigerweise also kommt wahrscheinlich auch durch die länge der videos jetzt will ich nicht auf gewalt stellen die ich lange videos machen oder schminkvlog okay der ist etwas länger okay aber ich will es halt nicht auf teufel komm raus machen und youtube liebt lange videos bin aber kein freund davon künstlich die videos lange zu machen bloß damit ich zig werbeunterbrechungen einbauen kann und einen besseren cpm ist halt auch nicht so mein stil und ja ich habe halt auf meinem zweitkanal habe ich einen besseren cpm auf meinem zweitkanal habe ich aber auch das problem dass mir da öfters die videos gelb sind also da muss ich jetzt inzwischen die videos im voraus hochladen weil sie erstmal geprüft werden müssen ist hier nicht so und es ist dann auch von branche zu branche unterschiedlich in der kosmetikbranche verdient man schon relativ viel geld also alle die beauty youtuber die ihr im internet schaut ich bin ja nicht so die verdienen schon ganz gutes geld im gaming ist es war es mal so dass es zum schlechtesten war also nicht jeder verdient das gleiche geld kommt immer drauf an was du machst aber mit den jahren ist es bei mir schon viel mehr geworden also es hat sich schon abgezeichnet dass ich einfach inzwischen sehr gutes geld mache und ich habe auch im letzten jahr das war mein bestes jahr hierher kann man schon so sagen und ich habe auch gemerkt so die die vlogs oder so die funktionieren einfach am besten aber ich bin halt auch nicht so der typ der auf masse nur geht große youtube machen es ja so dass sie sich kater besorgen weil du kannst irgendwann nicht mehr alles hätten das ist einfach zu viel und ich habe auch so im dezember gemerkt so die masse habt an der video qualität genagt ich habe dann nur noch hochgeladen 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 ich bin da hat echt also daily kann ich definitiv nicht wenn man sich vorstellt casey neistat ich glaube der hat aber auch leute gehabt die für ihn gearbeitet haben gerade wo diese daily geschichte noch gemacht hat kann mir nicht vorstellen dass er das alleine alles hochgeladen hat weil er hat ja noch im job dann auch gehabt also beides unter einen hut zu bringen das erfordert hat schon ein gutes zeitmanagement aber ich werde es lernen und ich glaube es hat er ein gemeinnütziger arbeitgeber bei dem ich anfange aber das echt nette leute nettes team das war mir am allerwichtigsten ich bin so ein typ ich kann mich ich will nicht nicht ich kann nicht ich will nicht alleine arbeiten also wenn es um verschiedene handgriffe geht selbstständiges handeln und so weiter ja aber nicht die ganze zeit alleine irgendwo sitzen nein dafür bin ich lieber bin ich so ein kontakt und da habe ich dann schon recht cooles team also ich bin echt gespannt auf mittwoch hier empfiehlt sich wirklich auch mal auf meinem zeitkanal vorbei zu gucken falls du den nicht kennst also ich wollte euch auch so ein bisschen zeigen was ich jetzt genommen habe ich muss mir jetzt mal einen neuen bronzer kaufen der ist schon relativ alt das ist ein bronzer von rossmann sieht man schon fast das pfändchen durch dann hatte ich das hier mein dm hat leider die lavierersachen aus dem sortiment genommen das ist ein highlighter aber von alberdi gibt es auch noch einen highlighter der auch nicht schlecht ist so was mache ich jetzt mit den augen ich habe kein plan ich habe hier sehr viel bunt rumliegen aber so kunterbunt möchte ich es auch nicht haben ich habe ja noch meine also es ist nur noch ein bruchteil was ich hier habe an die chatten was machen ich glaube ich trage auf dem auge concealer auf habe ich den gezeigt das ist der sensitive concealer von alberdi der ist von der konsistenz ja echt nicht schlecht ich glaube so ein bisschen zum abdecken das ist halt dass ich habe die erfahrung hat gar nicht mehr aber ich habe auch festgestellt dass man das einfach wieder so ein bisschen mehr gefällt so ein bisschen bunter zu arbeiten aber so das ausmaße von früher werde ich nicht mehr rein rutschen sondern das sind mir hat meine ideale die ich für mich halt so beschlossen habe sind mehrheit wichtiger spricht tierversuchsfrei minimalismus ich möchte mir hat nicht mehr zeug ohne ende anschaffen uns dann hinterher wieder wegschmeißen weil ich habe in der zeit wo ich jetzt aussortiert habe habe ich schon immens viel zeug weg geworfen also dieser neue arbeitgeber weiß auch dass ich im internet auf youtube sehr aktiv das ist richtig cool und diese projektleiterin die mich da jetzt reingebracht habe das ist eine richtig coole deshalb noch mal fakt ich war längere zeit in keinem festen arbeitsverhältnis mehr und durch das dass ich halt die probleme beim stehen habe fallen verschiedene sachen einfach weg das ist einfach richtig scheiße was machen wir im hintergrund geht das telefon ich glaube da geht jetzt gleich jemanden ja die habe ich hier noch den ton irgendwie unten dran könnte ich mir irgendwie gut verurscht oder vielleicht doch das übrigens mac steamy ich habe früher tatsächlich mac gekauft die habe ich natürlich immer noch wird natürlich heute von mac nix mehr kaufen das mache ich habe auch so einen tollen lindern den hier ist auch mac ich glaube ich so helo einmäßig machen aber ich glaube ich kann das nicht machen wir so helo einmäßig jetzt habe ich mir so viel doch da ist so ich mir so viel wollte ich gerade sagen pinsel hergelegt plus lidschatten das ist inzwischen auch für mich so eine richtig krasse geduldsprobe was ich immer so scheiße in meinen augen fand ich habe tiefliegende augen also sprich dieser knochen hier guckt drüber und ich konnte halt nie das machen was zum beispiel eine magie gemacht hat heute ist es ja eher hat die tisch mit ich habe ja dank magie damals angefangen der lidschatten ist eher ein bisschen ungeeignet hat für mich sehe ich grad weil ich ja jetzt doch schon in einem alter bin wo ich kleine fältchen um die augen habe und er schimmert und schimmer bedeutet immer dann die fältchen werden wir kommen besser zur geltung was ja eigentlich nicht sein so soll glaube ich muss da noch einen anderen wenn so leben was ich halt früher immer sehr falsch gemacht habe weil ich es in einer anderen nachmachen wollte mich zu dunkel geschminkt und das ist wenn du eben tiefliegende augen hast natürlich kontraproduktiv die sollen natürlich nicht noch tiefer liegen so 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 jetzt möchte ich aber trotzdem ein bisschen was dunkles doch noch mit einarbeiten keine ahnung mehr was das hier war das kann glaube ein lidschatten von kosmetikosmo gewesen sein der ist dunkelblau ich habe früher viel zu dunkelblau getragen oder allgemein blau ich habe ja echt ein großteil von meinem zeug weggeschmissen weil das zeug hat so angefangen hat zu stinken das erste was ich jetzt gerade gemacht habe war auch gerochen fast die lidschatten so mit mir kommunizieren wo ich mir jetzt schon so ein paar mal gedanken gemacht habe war bh cosmetics die sind ja auch zum teil vegan aber auf jeden fall tierversuchsfrei weil so richtig viel geld ausgeben wir jetzt die palette von der hatici das würde ich niemals das schmink ich mich einfach viel zu wenig das habe ich echt so ewig lang nicht mehr gemacht aber es glaubt gar nicht schlecht geworden so jetzt ist das ding will ich nicht in die mitte auch noch was schimmerndes setzen also nehme ich mal meinen alten alberbe lidschatten der ist von mir heiß geliebt diese chocolate palette oder wie heißt die die gibt's ja chocolate die gibt's aber die ist nicht mehr quadratisch die ist so länglich ich merke gerade richtig dass mir das so ein bisschen wirklich gefehlt hat weil das war schon so eine sache wo ich mich echt gerne ausgetobt habe jetzt ist es wichtig dass ich was und das auge noch mache also ganz so möchte ich das nicht dastehen lassen ich nehme nochmal den lillanen jetzt nehme ich den blauen nochmal und jetzt kannst du auch schon mal los gehen mit dem einlein einlein so das auch Vielen Dank. Den habe ich leider ein bisschen verkackt, aber naja, man kann nicht alles sagen, oder? Und jetzt Mascara, Mascara trage ich die hier, würde ich mir aber nicht mehr holen, ist Palmöl enthalten. Und ich trage Wimperntusche immer nur oben auf, weil ich sehr lange Wimpern habe. So, jetzt würde ich fast aber noch sagen, gebe ich in den Innenwinkel noch einen Schimmer-Lidschatten. Das ist der hier, ist auch ein Mac-Lidschatten. Ich glaube, das war der erste, den ich mir nachgekauft habe. Wie heißt denn der? Kann man nicht mehr lesen richtig. Ist aber auf jeden Fall einer von Mac. So, wieder ein etwas ausgefallenes Mac-Up. Ich trage jetzt aber noch graunen Blush auf. Also ganz dann in die Vollen gehen möchte ich dann auch nicht. Zumal ich auch nichts auf den Lippen trage. Das ist heute mal. Ein farbiges Make-Up. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da mal noch Bock drauf habe. Ganz ehrlich. Aber ich gucke die Babs ganz gern an und die ist immer sehr auffällig und so geschminkt. Und ich habe gemerkt, so, ah, bei mir geht es dann doch auch wieder in die Richtung. Ich merke mich ab, sage danke fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls es dir gefallen hat. Ihr wisst, mein Amo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.